Wir sind hier auf dem neuen Markt in Rostock. Hier sollte Freitagnachmittag eine Fahrraddemonstration in den Rostocker Seehafen stattfinden. Dort werden zweimal wöchentlich die Brennelemente umgeschlagen. Und zwar findet es so statt, dass sie auf LKWs auf den Passagierfernen mittransportiert werden und die Urlauber, die da mitfahren, nichts davon erfahren. Und das ist jetzt bekannt geworden und wir wollten das in die Öffentlichkeit bringen und hatten dazu eine Route auf der R19 geplant, die vom Ordnungsamt genehmigt wurde. Und ganz kurzfristig, nach Beginn der Veranstaltung, hat die Polizei dann gesagt, dass sie diese Sicherung der Demo nicht übernehmen möchte. Und dagegen wurde Einspruch beim Verwaltungsgericht eingereicht. Und leider war da niemand mehr anzupreffen. Und deswegen warten wir jetzt auf die Entscheidung dort und bleiben bis Montagmorgen, deswegen auf diesem neuen Markt, weil wir diese willkürliche Maßnahmen nicht hinnehmen müssen. Also heute Abend Samstag ist um 18 Uhr Pläne für alle Interessierten und um 20 Uhr beginnt dann eine Grand Session und um 22 Uhr zeigen wir dann ein Film zum Wanderbau. Alles findet auf dem neuen Markt statt und wir werden hier auch zelten und Leute können sich gerne anschließen.